Jo Leute, Pewcracker, Fireworks wieder am Start für euch. Heute gibt es hier mal ein schönes, kleines Raketensortiment von Explode. Und zwar hier das Skybusters, in welchen sieben Raketen enthalten sind. Ich hoffe mal, dass die Raketen ja alle Zerlegerffekt haben werden. Aber das werden wir jetzt gleich im Testvideo sehen, wenn wir die Raketen testen. Ich kenne sie noch nicht, deswegen lasse ich mich natürlich auch selber von den Teilen überraschen. Und vielleicht landen sie dann nächstes Jahr wieder im Einkaufskorb. Ja Leute, dann viel Spaß bei der Zündung und los geht's. Wir beginnen hier aus dem Set mit der XPE 2782. Ja, ganz okay. Jetzt kommt hier die XPE 2711 Rakete. Mit dem Hintergrund bördern jetzt ein paar andere Leute. Richtig geil. Jetzt kommt hier die XPE 2788. Weiter geht's mit der XPE 2790. Schöne Standzeit. XPE 2795 von Explode. XPE 2791 kommt jetzt. Die letzte Rakete aus dem Set. Schöne Standzeit. 10min z他說. Der ist ihr schockert. Ich schock well, dass wir in der Zeit sind. Wir sehen uns, dass wir jetzt Tbehinder fahren. Wir sehen uns, dass wir draußen fahren. Wir sehen uns, dass wir uns in der Zeit sind. Und auch wir sehen uns, wir sehen uns. Die Böden nehmen. Wir sehen uns, wenn wir sehen uns.